Sie haben jede Menge Platz in diesem Ford. Mit dem Dieselmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 5 Personen und ist mit einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einer Klimaautomatik ausgestattet. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Ford finden wir ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt.